Hallo, herzlich willkommen auf meinem Channel Noemi's Lifestory. Ja, ich begrüße euch herzlich auf meinem Channel und vor allem auch zu meinem ersten Video. Ja, ich hoffe, dass ich noch viele Videos rausbringen werde, die euch gefallen werden. Und ja, erstmal kurz zu mir. Ich bin Noemi, bin 13 Jahre alt. Ähm, ich gehe in Marburg auf ein Internat für Blinde. Das steht auch in der Beschreibung. Deshalb, sorry, wenn ich vielleicht nicht ganz auf dem Kamera, auf dem Kamera, bestes Deutsch, auf der Kamera zu sehen bin. Und, ähm, genau. Ja, ich wohne hier in einer Wohngruppe, äh, in einem Zimmer. Also jeder hat ein Zimmer und ich sitze hier gerade an meinem Schreibtisch. Außerdem habe ich hier noch halt, was man so braucht, Bett, Kleiderschrank, Kommode und so. Ähm, ja, das Leben hier ist ganz cool. Äh, ich brauche morgens 20 Minuten zu Fuß zur Schule. Manchmal nehme ich auf den Bus. Ähm, und ich lebe hier mit sieben anderen Leuten zusammen in der WG. Wir, ähm, ja, schlafen hier, duschen hier, essen hier gemeinsam. Und, ähm, da sind auch noch Betreuer, die auf uns aufpassen. Wobei manche von uns, also, es ist ein großer Altersunterschied. Ich bin jetzt die Jüngste mit 13. Ähm, es gibt aber auch schon welche, die 18 und 19 sind. Und, also, es ist bunt gemischt, auch Jungs und Mädels gemischt und so. Ähm, aber ich will euch nicht langweilen. Äh, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr mehr über das Leben als blinde Person erfahren möchtet. Da kann ich nämlich noch ein, zwei Videos drüber machen. Zum Beispiel Blinde einkaufen oder Blinde kochen oder sowas. Ich wollte sowieso ein paar Kochvideos machen. Ähm, aber falls ihr Vorschläge habt, was ihr von mir gerne sehen möchtet, ähm, ja, schreibt mir das doch auch, äh, in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich über ein Abo. Ähm, genau. Ja, wobei ich vielleicht erstmal ein paar Videos rausbringe und ihr guckt, äh, macht ihr das gut oder macht ihr das total scheiße? Und dann könnt ihr euch ja überlegen, ja, was für eine Meinung ihr über mich habt. Genau, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und freue mich schon ganz besonders darauf, hoffentlich bald einen ersten Daumen nach oben zu bekommen und vielleicht auch einen ersten Abonnenten oder Abonnentin. Und dann bin ich schon ganz gespannt, wenn ich in ein paar Tagen das nächste Video rausbringe. Bis dann, tschüss!